hi leute und herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal heute werden wir mit einem motorrad auf einer skaterbahn ein paar stunts ausprobieren wie das ganze wird das seht ihr jetzt und ich würde euch viel spaß mit dem video hat gesagt wir fangen sofort an so erst mal leicht mit so einer mini rampe mal schauen wie das so wird ja jetzt müssen wir nicht ja wir fliegen schon ein bisschen hoch wir fliegen schon ein bisschen hoch und hopp ja das ist schon gut von anfang jetzt können wir langsam mal ehrlich gesagt zu den größeren rampen kommen wenn die kleine hier nehmen und jetzt abheben gut jetzt sind wir kurz außerhalb der gatorbahn wieder zurück perfekt ja 200 kilometer in die höhe und wieder runter da nicht raus nicht raus als ob ich es gerade noch so geschafft habe jetzt mal da die riesenrampe ja perfekt treppen runter es war easy wieder hoch fliegen weiter geht's so ich hätte gesagt wir nehmen am besten die rampe mal alles klar die hälfte war hier verpackt perfekt hoch und einen klasse salto haben wir hingelegt besser hätte es nicht laufen können aber hier wir können wir probieren auf dem ding hier zu fahren also war ein bisschen schwer wir können es noch mal probieren versuch war es ja wenigstens wert so aber wenigstens kann man ja drüber hüpfen jetzt hätte ich gesagt gehen wir mal zum zweiten teil der skaterbahn hier ist dann schon ein bisschen brutaler hier fliegt man auch schon höher erstmal langsam hier hoch so perfekt nicht runter wir wollen hier schon oben bleiben und abwärts yeah vollgas 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 alles klar nein wir werden weiter wieder raus geflogen oder der macht hier ein bisschen luft yoga aber jetzt sieht man sein motorrad das hat einfach nicht geladen mal kurz durch diesen tunnel hier durch dann waren wir auch noch nicht drin hey mega geil wir haben was neues entdeckt leute yeah ja ja schön noch ein paar tricks machen so viel neues gibt es auch wieder nicht können wir jetzt wenigstens auf der stange hier fahren das wäre auch noch nice wenn das funktionieren würde wir könnten mal ausprobieren jetzt ist das funktioniert als ob wir uns hinbekommen heute schaut mal oben fußball ist auch beigetreten perfekt leute wir haben es einfach drauf wir sind einfach die besten in dem spiel so leute jetzt perfekt oder auch nicht aber fußball kann das gut wie es aussieht und sehr gut eingeübt so leute das war's wenn es euch gefallen hat könnt ihr gerne ein like da lassen bei 10 likes werde ich das ganze auf jeden fall nochmal machen bloß mit dem skateboard und auf einer anderen map weil wenn ich es auf der gleichen machen würde dann wäre es ja irgendwie langweilig wenn ihr noch andere vorschläge habt was ich noch spielen soll in roblox oder was anderes irgendwas minecraft whatever schreibt es einfach unten in die kommentare rein wer auf jeden fall neu ist kann gerne abonnieren kostenlos nicht vergessen die glocke aktivieren dass ihr auch keine benachrichtigungen mehr verpasst wenn ihr jetzt zum beispiel ein neuer livestream kommt oder neues video dann hätte ich gesagt haut rein tschau euer actionwolf wir sehen uns im nächsten livestream oder im nächsten video tschau